Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tolle Wolle und herzlich Willkommen zu einem neuen Schalvideo. Ich zeige euch heute einen super kuscheligen Doppellum mit diesem tollen Farbverlauf hier und diesen Sprinkles in Regenbogenfarben. Und ja, wie ich das Ganze genau gehäkelt habe, welche Wolle ich benutzt habe und natürlich auch welche Nadeln, seht ihr jetzt. Los geht's mit dem kompletten Sprinkles Cake hier. Und der hat wirklich super lustige bunte Sprenkel, ist in diesem Fall die Farbe Mocha Rainbow. Klingt sehr lustig, finde ich. Und ist hier ausgegeben für Achternadeln. Ich häkle das Ganze mit meiner Neuner. Sind 240 Gramm auf 186 Meter, 77% Acryl, 3% andere Fasern und 20% Wolle, also auch schön kuschelig warm. Und eben ein richtig cooler Farbverlauf, finde ich. Und los geht's mit einer Luftmaschenkette. Der kommt ein bisschen zur Seite. Einmal zur anderen Seite rüber mit ihm. Und ich häkle jetzt eine Luftmaschenkette mit einer ungefähren Länge von 130-140 Zentimetern. Dabei zähle ich die Maschen nicht, sondern häkle sie einfach, wie ihr schon seht, hintereinander weg. Es geht auch relativ schnell. Ihr seht, die Maschen sind ziemlich groß. Neuner Nadel passt auch perfekt für die Wolle. Hier habe ich jetzt meine fertige Luftmaschenkette. Ich habe sie auch einmal durchgemessen. Sind ungefähr 140 Zentimeter. Passt also sehr gut. Und ich lege sie jetzt einmal ohne Verdrehungen hin. Also keine Verdrehungen hier in meiner Luftmaschenkette. Hier muss ich noch einmal schauen. Doch das passt auch. Und dann schließe ich es hier zu einem Ring zusammen. Und ziehe den Faden einmal durch. Und habe dann hier Anfang und Ende verbunden. Und kann jetzt anfangen, halbe Stäbchen zu häkeln. Dafür nehme ich zum Start zwei Luftmaschen. Und häkle hier in die nächste Masche direkt ein halbes Stäbchen hinein. Dafür einen Umschlag nehmen. Einstechen. Faden holen. Drei auf der Nadel. Durch alle drei durch. Und das Ganze so weiter häkeln. Durch alle drei durch. Umschlag nehmen. Einstechen. Durch holen. Drei. Und durch alle durch. Umschlag. Einstechen. Faden holen. Und durch alle durch. Umschlag. Einstechen. Faden holen. Drei. Und durch. So sieht dann das Maschenbild für das erste aus. Und ich häkle das einmal komplett ringsherum. Ich habe jetzt einmal komplett in der Runde herum gehäkelt. Ihr könnt jetzt die Sprinkles auch richtig schön sehen. Diese kleinen bunten Pünktchen gefallen mir richtig gut in den Regenbogenfarben. Und ich häkle jetzt weiter. Und zwar steche ich jetzt nicht hier in die tatsächlichen Maschen oben ein, sondern hier hinter so ein bisschen versetzt. In diese Bögen, die man jeweils hier hinter findet. Seht ihr hier einmal. Und hier. Und hier. 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 Sind richtig einfach zu finden. Mit den Nadeln auch. Man sticht einfach. Hier hat man das V der Masche. So ein bisschen dahinter versetzt ein. Und sticht eben da hinein. Und für den Rundenübergang steche ich jetzt auch schon hier ein. Mache eine Kettmasche. Also einfach zusammenziehen. Und dann zwei für die Höhe häkeln. Und dann kommt auch schon die erste richtige Masche. Dafür steche ich dann hier ein. Vorher habe ich den Umschlag genommen. Drei auf der Nadel und durchziehen. Umschlag. Einstechen. Und drei auf der Nadel. Durch. Umschlag. Einstechen. Faden holen. Drei und durch. Umschlag. Einstechen. Und durch. Und dadurch fällt der richtige Maschenverlauf hier nach vorne. Und das ergibt eben diesen Verlauf hier. Das säge ich jetzt nochmal ein bisschen weiter. Und dann natürlich wieder komplett in der Runde herum. Ich habe hier übrigens gerade auch den ersten Farbwechsel. Von dem etwas dunkleren Braun zu dem helleren Braunton. Ein ganz sanfter Übergang. So. Auch mit der zweiten Runde bin ich jetzt schon fertig. Ihr seht jetzt hier ringsherum diesen Verlauf. Hier habe ich ihn auch. Jeweils hier farblich abgesetzt. Und hier hinten habe ich jetzt das letzte halbe Stäbchen gehäkelt. Hier oben geht es jetzt weiter. Wieder mit der Kettmasche. Hier hinein. Hier ein bisschen festziehen. Einmal rüberziehen. Damit ist dann diese Runde auch komplett beendet. Und ich fange die neue Runde wieder mit einer kleinen Luftmaschenkette an. Zwei Luftmaschen. Und hier in die nächste Masche, beziehungsweise hinter die nächste Masche, in meine nächste Einstichstelle, kommt schon das nächste halbe Stäbchen. Und so geht es dann einfach weiter. Immer in der Runde mit halben Stäbchen. Schön hinten eingestochen. Immer in diese Einstichstelle hinter den Maschen. Und ja, das häkle ich jetzt immer wieder in der Runde. Und die Übergänge mache ich eben jeweils wie gerade gezeigt. Hier die Runde abschließen mit der Kettmasche. Und dann jeweils wieder mit der kleinen Luftmaschenkette starten. Und hier hinten dann die erste richtige Masche, das erste richtige halbe Stäbchen hinein häkeln. Und hier seht ihr jetzt auch schon den zweiten Verlauf, der so nach vorne fällt. Liegen wirklich richtig schön nebeneinander. Und ja, wie gesagt, das wird jetzt einfach über das gesamte Knäuel gehäkelt. Und ich habe hier jetzt inzwischen einige weitere Reihen gehäkelt. Und ihr seht, ich habe auch schon eine ganz schöne Höhe erreicht. Ich messe es einmal durch kurz. Das sind ungefähr 15 cm. Und ich häkle jetzt die Abschlussreihe. Dafür muss ich einmal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Genau. Hier habe ich einmal die Nadel rausgenommen. Und hier geht es dann auch weiter. Hier seht ihr auch einmal jeweils den Rundenübergang. Leicht erkennbar. Aber nicht sonderlich auffällig. Hier jeweils immer die Luftmaschen. Ich mache hier wieder die Kettmasche. Und ich häkle jetzt die Abschlussrunde in festen Maschen. Das heißt, ich nehme eine Luftmasche und häkle jetzt einfach hier hinten in jede Einstichstelle eine feste Masche hinein. Bekomme dadurch wieder den Effekt, dass der V-Verlauf nach vorne fällt. Also, dass die Maschen hier vorne liegen. Aber ich verbrauche weniger Wolle. Und ich habe hier oben dann auch nur so eine kleine Reihe. Genau wie hier unten. Und ich könnte es jetzt auch gar nicht so weiter häkeln. Hier fehlt nämlich hinten die Einstichstelle. Die Masche ist natürlich anders aufgebaut als ein halbes Stäbchen. Und ja, das geht jetzt auch noch einmal komplett herum. So, auch diese Runde habe ich jetzt fertig gehäkelt. Die seht ihr hier oben. Und ich mache jetzt eine letzte Kettmasche. Hier in diese Masche hinein. Das ist die erste richtige Masche der Runde. Also der Vorrunde. Und dann wird der Faden einmal abgeschnitten. Und hier oben rausgezogen. Nachher jetzt natürlich noch vernäht. Aber mein Schal ist jetzt schon mal grundsätzlich fertig. Hier unten habe ich natürlich auch den Anfangsfaden zu vernähen. Zwei Fäden zum Vernähen. Super praktisch. Und hier seht ihr den super kuscheligen Verlauf des Schals. Hier einmal die Innenseite. Natürlich ein bisschen anders gemustert. Also ohne den V-Verlauf. Aber auch richtig hübsch, finde ich. Wolle gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mit diesen Sprinkles drauf. Mit diesen Regenbogenpünktchen. Sehr, sehr hübsch. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken. Und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss! Tschüss!